Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, hier ist wieder Raphael. In diesem Video schauen wir uns an, ob der finale Ausverkauf von Bitcoin kurz bevor steht. Und ich habe einen Vergleich dabei, der das moderne Wirtschaftssystem vielleicht als Schneeballsystem entlarvt. Hierzu vergleichen wir die vormoderne mit der modernen Wirtschaft. Außerdem habe ich eine Idee dabei, wie Bitcoin das lösen kann. Inspiriert wurde ich dabei von einem Buch, welches das war, erfahrt ihr in den Quellen und Fundstücken. Heute schauen wir uns zunächst den Bitcoin-Kurs in der Historie an. Ich habe hier das zweite Halbjahr 2018 mitgebracht. In diesem Teil des Videos geht es mir um den Vergleich einer Bitcoin-Kursbewegung mit dem dazugehörigen gehandelten Volumen. So sehen wir hier im August 2018 zum Beispiel einen starken Abverkauf. Hier im unteren Bereich sehen wir das dazugehörige gehandelte Volumen. Hier im Dezember 2018 sehen wir einen ähnlich starken Abverkauf, sehen aber im unteren Bildschirmbereich, dass das Volumen um einiges größer war. Für mich ein klares Indiz, dass es hier zu einem finalen Abverkauf gekommen ist und wir nun sehr nahe dem Boden sind. Wer sich an mein erstes Video erinnert, genau hier habe ich meinen ersten Bitcoin gekauft für 3800 US-Dollar. Schauen wir uns jetzt den Zeitraum November 2019 bis April 2020 an. Auch hier haben wir Ende des Jahres einen sehr starken Abverkauf gesehen. Das Volumen ist allerdings nur mäßig gestiegen. Der Corona-Crash im März 2020 war ein absolutes Black-Sworn-Event. Niemand hatte damit gerechnet oder konnte es vorhersehen. Hier sehen wir einen starken Anstieg des Volumens und auch hier hat die 200-Wochen-Linie gehalten. Diese bildet, wie in mehreren Videos bereits angesprochen, in der Vergangenheit zumindest immer den Boden des Bitcoin. Schauen wir uns jetzt die starke Korrektur Mitte 2021 an. Auch hier sind wir von 65.000 US-Dollar auf 47.000 US-Dollar korrigiert. Doch das Volumen, das man hier sieht, hält sich auch hier in Grenzen. Auch als wir kurz drauf von 57.000 auf 47.000 US-Dollar korrigiert sind, ist das Volumen noch nicht sehr deutlich gestiegen. Doch kurz darauf beim Ausverkauf von 40.000 auf 30.000 US-Dollar sehen wir ein deutlich größeres Volumen. Diese 30.000 US-Dollar wurden bisher nicht mehr unterschritten. Soomen wir jetzt etwas raus, sehen wir die Korrektur Mitte letzten Jahres hier links im Bild. Weiter rechts sehen wir die Korrektur Anfang Dezember, die Korrektur Anfang Januar und die Korrektur Ende Januar. Wir sind mittlerweile von 67.000 US-Dollar auf 35.000 US-Dollar gefallen, sehen jedoch auch, dass das Volumen im Verhältnis zum letzten Jahr deutlich niedriger ist. Ich persönlich warte daher jetzt noch auf den finalen Ausverkauf. Wie bereits in meinem letzten Video geschildert, halte ich es für gut möglich, dass wir noch einmal die 30.000 US-Dollar sehen. Das könnte so ein finaler Ausverkauf sein und von dort aus könnten wir dann bullig auf ein neues Allzeithoch zusteuern. Mich persönlich würde es natürlich sehr freuen, wenn wir keinen finalen Ausverkauf sehen. Nicht wegen der Kurse, sondern weil das bedeutet, dass immer mehr und mehr Bitcoin-Besitzer die Coins halten und bei fallenden Kursen nicht gleich in Panik verfallen. Das soll es zum Kurs auch schon gewesen sein. Nun möchte ich euch gerne eine Geschichte erzählen, die Geschichte vom unendlichen Reichtum. Sie beginnt mit einem Maurer. Der Maurer war sehr fleißig, hat sehr viele Häuser gemauert und hat sich eine Million Euro gespart. Diese Million bringt er auf die Bank. Die Bank hat die Aufgabe, das Geld für ihn zu verwahren. Da die Bank allerdings auch etwas verdienen möchte, verleiht sie das Geld an einen Bäcker. Der Bäcker möchte eine neue Bäckerei mauern lassen. Also zahlt er einem Maurer eine Million Euro, um eine Bäckerei zu mauern. Der Maurer bringt das Geld zur Bank, kann jedoch wegen gestiegener Rohstoffpreise die Bäckerei nicht ganz fertig mauern. Er sagt dem Bäcker, dass er eine weitere Million Euro braucht. Also geht der Bäcker zur Bank und die Bank gibt ihm das Geld. Anschließend, ihr ahnt es schon, gibt der Bäcker dem Maurer das Geld. Dieser bringt es wieder zur Verwahrung zur Bank. Jetzt hat der Maurer 3 Millionen Euro auf der Bank. Obwohl der Bank ursprünglich nur eine Million zur Verfügung stand. Dieses Spiel können wir so lange weiterspielen, bis der Maurer ein Vielfaches des Geldes auf dem Konto hat, das der Bank ursprünglich zur Verfügung stand. Und das war die Geschichte vom unendlichen Reichtum. Die Geschichte ist real. Also merke, wir erschaffen Geld aus dem Nichts. Doch das war nicht immer so. Also schauen wir uns mal den Teufelskreis der vormodernen Wirtschaft an. Gehen wir davon aus, der Bäcker hat schon eine kleine Bäckerei. In der kleinen Bäckerei gibt es nur wenig Kuchen. Wenig Kuchen bedeutet, es gibt auch nur wenig Geld. Und wenig Geld bedeutet, dass ich den Maurer nicht beauftragen kann, mir eine neue große Bäckerei zu mauern. Und wenig Geld bedeutet, dass der Bäcker keinen Maurer beauftragen kann, ihm eine neue große Bäckerei zu mauern. Dadurch kann er nicht mehr Kuchen backen und verkaufen und es gibt nur wenig Wachstum. Und so schließt sich der Kreis. Schauen wir noch einmal auf das magische Wachstum der modernen Wirtschaft. Die moderne Wirtschaft vertraut in die Zukunft. Wenn der Bäcker hohe Schulden machen kann, hat er auch Geld für den Maurer. Der Maurer mauert eine neue Bäckerei und die Kuchen aus der neuen Bäckerei werden die Kredite abbezahlen. Das wiederum schafft mehr Vertrauen in die Zukunft, was für eine höhere Verschuldung sorgt. So schließt sich der Kreis des magischen Wachstums der modernen Wirtschaft. Und deshalb ist für mich die moderne Wirtschaft tatsächlich ein Schneeballsystem. Ein klassisches Schneeballsystem lebt davon, dass immer mehr neue Leute Geld in das System einführen. Von diesem Geld werden die, die bereits länger im System sind, bezahlt. So ähnlich funktioniert auch unser Wirtschaftssystem. Unser Wirtschaftssystem lebt davon, dass immer mehr Schulden aus der Zukunft aufgenommen werden. Von diesem Geld aus der Zukunft wird der heutige Wohlstand finanziert. Und wer weiß, vielleicht ist die Zukunft irgendwann mal zahlungsunfähig. Manni und ich haben diese Geschichte ausgiebig diskutiert. Manni ist da etwas anderer Meinung als ich. Er sieht das moderne Wirtschaftssystem nicht unbedingt als Schneeballsystem. Schreibt uns hierzu gerne eure Meinung in die Kommentare. Und wenn ihr auch mal live mitdiskutieren wollt, kommt gerne donnerstags abends ab 21 Uhr zu uns auf den Discord. Also wir merken uns, wenig Kredit bedeutet langsames Wachstum. Viel Kredit bedeutet, die Zukunft zahlt die Rechnung. Für einen normalen Bürger ist die Zukunft vielleicht nächste Woche, vielleicht der nächste Monat oder nächstes Jahr. Doch wie schaut es für eine ganze Gesellschaft oder einen Staat aus? Schauen wir uns hierzu mal die Staatsverschuldung einiger Länder an. Hier sehen wir die Verschuldung der Länder im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftsleistung. Also konkret des Bruttoinlandsproduktes. Und wir sehen, sehr viele Länder sind zu über 100% ihres Bruttoinlandsproduktes verschuldet. Zu 100% des Bruttoinlandsproduktes verschuldet zu sein, das bedeutet, jeder Arbeitnehmer muss ein ganzes Jahr arbeiten gehen, ohne auch nur einen Euro zu verdienen. Jedes Unternehmen muss ein ganzes Jahr produzieren und verkaufen, ohne auch nur einen Euro Gewinn einzustecken, sondern alle Erträge würden dem Staat überlassen werden, um diese Schulden zu tilgen. Nun geht ja niemand freiwillig arbeiten und gibt sein ganzes Gehalt dem Staat. Und eine Einkommenssteuer von 100% wäre für die politische Stabilität eines Landes, glaube ich, auch nicht so vorteilhaft. Was kann ein Staat also tun, um diese Schulden zu bezahlen? Er kann Staatsanleihen ausgeben und sich weiter verschulden. Die Staatsanleihen werden von den Zentralbanken mit frisch gedrucktem Geld bezahlt. Das führt dann wiederum zu einer Inflation. Bei einer Inflation sinkt die Kaufkraft einer Währung. Wir merken uns also, eine sehr hohe Staatsverschuldung begünstigt die Inflation. Und Inflation ist eine indirekte Enteignung der Bürger. Doch wie können wir dieses Dilemma lösen? Bitcoin kann dieses Problem vielleicht lösen. Gehen wir dazu in einem Gedankenexperiment einmal davon aus, Bitcoin gilt weltweit als eine Reservewährung. Das heißt, der Gegenwert diverser Güter wird in Bitcoin bemessen. Doch neue Bitcoin aus dem Nichts erschaffen ist nicht möglich. Was möglich ist, ist die existierenden Bitcoin gegen Zinsen zu verleihen. Wir können aber keinen neuen Bitcoin verleihen für nur einen existierenden Bitcoin. Das lässt die Blockchain nicht zu. Das heißt, wir müssen bei der Kreditvergabe stärker selektieren. Es führt also zu mehr nachhaltigen Investitionen. Und so führt Bitcoin zu einem gesünderen Wachstum, entlastet die Zukunft und es findet weniger Enteignung durch Inflation statt. Daher gibt es unter Bitcoinern den Running Gag Bitcoin fixes this. Merke also, Bitcoin kann zu einem nachhaltigeren Finanzsystem führen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie realistisch ihr das findet. Stimmt ihr meinen Ausführungen zu oder seid ihr eher anderer Meinung? Die Inspiration für den Inhalt dieses Videos und meine Geschichten habe ich aus dem Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuvel Noah Harari. Ich kann das Buch sehr empfehlen und wir haben es euch auch in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem verlinkt ist das Fundstück Die prekäre Gesellschaft. Eine Art Dokumentation über die moderne Arbeitswelt und darüber, wie der gesellschaftliche Zusammenhalt langsam daran zerbröckelt, dass bei immer weniger Menschen das Sicherheitsbedürfnis gestillt werden kann. Ja, und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Eine kleine Ankündigung habe ich noch zu machen. Das Zahlenmenschen hat jetzt ein Geschwisterchen bekommen, nämlich Raphaels Zahlenmenschen und das jongliert mit Geld. Hieran erkennt ihr künftig Videos, die von mir kommen. Also bitte macht auch dieses Zahlenmenschen glücklich, liked das Video, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ciao und bis demnächst.